Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Wochenvorschau. Im Vlog am Montag geht es unter anderem um Kekse und Datenverlust. Okay, ich versuche es nochmal mit dem lustigen, teuren Mistprogramm, das letztes Mal auch nur halb funktioniert hat. Im Schreibtagebuch am Dienstag geht es darum, dass am Ende wohl doch noch alles gut wird. Seht am Mittwoch meine komplette Sammlung von die drei Ausrufezeichen. Am Donnerstag gibt es wie immer einen neuen Vlog. Für die VIPs gibt es am Donnerstag pünktlich zum Release Day eine Lesung zu Eingeschneit. Erfällt am Freitag meine Meinung zum Buch von Windgeküsst von Lynn Riener. Erfällt am Samstag, welche Bücher ich im September 2020 gelesen habe. Was ein bisschen ausgeartet ist, weil ich zu viel auf dem Zettel hatte. Und ich wusste, ob ich alles schaffen werde, wenn ich es dann zum Glück sind einige Bücher verschoben wollen in Oktober. Deswegen hat es funktioniert. Aber ich sage, du hast schon mal mehr Bücher in einem Monat gelesen. Das ist richtig, aber der war ein bisschen zu dick. Das war die Wochenvorschau und ich wünsche euch jetzt wie jeden Sonntag eine schöne, stark neue Woche.